Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es sind einige Demos rausgekommen und da habe ich mir gedacht, gucken wir uns doch mal zusammen an. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich da gefunden habe. Cat Apocalypse. Find Lunar and Escape together. Warte mal, das Spiel ist ein bisschen lauter. So ungefähr. Okay, ich bin Sam. Halt, warte. Oh, also. Ah, das war der Moon Jam. Aber Gott, was ist das? Mau. Geht das nicht mit? Ah doch, es geht auf den Controller. Okay. Kurz checken. Ah ja, das ist der Schlag. Das ist der Schlag. Und das ist der Uppercut. Und das ist dann nur springen. Okay. Das ist springen. Oh, ein Zombie. Okay. Müssen wir die weiße Katze finden, nehme ich an. Aha, ausgedriggst. Alter, was ist das? Wow. Was ist das denn? Okay. Okay. Erstmal müssen wir noch Numer finden. Und wo? Und wo? So. So. Sollen wir ein bisschen genauer gucken, ne? Da oben nicht. Okay. Gehen wir noch mal da rein. Kann man da einen Strang öffnen, oder so? Lauf, Muschi, lauuf. Hier scheint keine Katze zu sein. Wir sind unter totalem Lockdown. Do not come out of your houses for your own security. Aber sonst ist ja noch da Sonnenbaum. Wie wird's? Abschillkammer. Katze? Keine Katze. Da auch nicht. Okay, warte mal. Ich teste mal eben hier. Huah. Was ist das denn, Alter? Huah. Katze. Wie finde ich? Samurai-Katze, genau. Wow. Wow. Was ist das hier? Und wie finde ich jetzt die andere Katze? Oder was? Also, das ist ja... Merkwürdig. Okay. Das werden wir wohl nicht so lange spielen. Warte mal, geht's ja keine Map. Nein. Hier. Irgendwas. Nein. Wo soll denn deine Katze sein? Und wo muss ich hin? Ah, okay. Ich dachte, der schießt auf die Zombies. Ich wollte mich hinter dem verstecken. Okay, okay, okay. Dann starten wir durch. Was ist das denn? Das ist doch kein gutes Spiel. Nicht ansatzweise. Wo ist denn die andere Katze? Wo kann die denn sein? Oh, ich wurde verfolgt. Das ist auch so gut wie keine Soundeffekte oder so, ne? Das ist ja gar nichts. Katze. Keine Katzenklappe. Do not come out of your houses for your own security. Wow. Määau. Määau. Ah. Ein anderes Haus. Katze. Wo bist du? Oh-oh. Da kommt noch so ein Dummy. Trash-Test-Dummy, der mich töten will. Ja, genau. Jetzt ist das hier das... Boah. Digga. Digga. Mach dich kaputt, Alter. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Okay. Gut, dass das Game nicht glitcht. Jawoll. Das muss richtig teuer gewesen sein in der Produktion. Ich frage mich jetzt nur, wenn das hier das einzigste... Haus ist und das man rein kann. Wo ist dann die Katze? Und geh weg. Kann ich da rein? Ne. Okay. Woa. Aber wenigstens läuft es flüssig. Okay. Das ist der Escape Point. Find the other cat, then come here together to escape. Ja. Das mache ich. Oh, Escape for Hints. Ah, guck an. Über das Dach klettern. Hier oben muss ich ein Fenster rausholen. Okay. Hörst du auf. Polizier. Ja, ich habe meinen Hint. Ich muss nur gucken, wo ich da hochkrabbeln kann. Soll. Muss. Ja, nicht. Das ist meins. An irgendeinem Fenster wird es wohl hängen. Das hier das einzig, zweistöckige. Ah, da drin. Oder? Dachte ich mal zumindest. Ah, Kopf abgebissen. Okay. Guck mal. Ja, da ist ein offenes Fenster da oben. Okay. Da müssen wir hoch. Und zwar hier über die Schirme. Das mal. Na. Wow. Wow. Okay. Ein weiteres Stockwerk. Klick auf Rocket Regis Studios für mehr true Indie-Games. Nee, Dinger. Ich glaube, da habe ich kein Interesse dran. Oh. Ich habe dich. Okay. Vielleicht habe ich doch Interesse dran. Sam, quiet. They are not humans outside. Pff. Was ist das? Captain Phillips, do you copy? Barry, where the hell are you? We need you to pilot the Red Mecha. Oh my god. The stupid politicians lost control of the robots, and now the robots are shooting everyone. I know. I was on my day off, and apocalypse just got unleashed. But hey, guess what? Jade Cats came to my house. Oh, be careful. Those cats know how to fight. I know. Me and Jade train them. Can I take them to the base? I'm a cat. Yes. Take the old highway to the base. Be aware of infected and robots everywhere. Okay. I will be there in 20. Over. I will be there in 20. Roboter mit den Gewehren. Sam. Luna. Let me change and then we are ready to go. Musst du dich nicht umziehen. Gott, ist das billig gemacht. Gibt es mein Outfit? Geht ja. Komm weiter. Die schwarze Katze. Sam. Und Luna wird eifersüchtig. Okay, Sam und Luna, folgen mich. Mein Auto ist auf die Hölle. Lass uns ein paar Roboter und Zombies anziehen. Was ist das für ein Fiebertraum hier? Warum machst du eine Knarre? Warum schiebst du mich weg? Warte mal. Erst mal gucken, was hier. Was hier abgeht. Was für ein Haus bin ich hier gelandet? Hoppala. Kohlensäure. Okay. Let's get down. Gott, das schreckt mich doch nicht so. Oh, da geht was. Okay, komm. Wir gehen vor. Ich kenne den Weg. Kommt ihr mit? Das war so ein Fehler. So ein Fehler, den Bart abzupasieren. Aber es hat mich so genervt vorhin. Ich hoffe, dass er schnell wieder nachwächst. Oh, was macht der? Was ist das für ein Fiebertraum? Wie sieht denn die aus? Was hat denn die für ein Anzuhören? Du kannst nicht sterben, Mary. Wir brauchen dich in dieser Dimension. Die Rappture ist gekommen. Die Dimension der Bauredner. Ja. Okay, ich glaube, die eine Mission reicht. Ah, okay. Das war es schon mit der Demo. So ein Pech aber auch. Okay, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Dein. Ah, okay. Tu. Du.